Hallo liebe Freunde der gepflegten Bastelkultur. Heute wieder eine Raspberry Pi Folge. Ich habe mir einen neuen Raspberry Pi 3 zugelegt für einige Experimente, wo ich ein bisschen mehr Leistung brauchte. Und da ich meinen alten Moniputer ja nicht zerlegen wollte, wo der Raspberry Pi 1 dran hängt, und im Übrigen diese Rückwärts-Einspeisung über das USB-Pod bei dem Raspberry Pi 3 auch gar nicht funktioniert, nur mal so am Rande, hatte ich wieder meine drei Probleme. Nämlich einen riesen Drahtfrau auf den Tisch und das kann ich irgendwie nicht ab. Also habe ich den Raspberry Pi 3 in ein schmuckes Desktop-Gehäuse verfrachtet. Wer es interessiert, der kann sich das jetzt mal angucken, wie sowas aussieht. Im Prinzip, ich habe ein Teco-Gehäuse genommen, klar, wie immer. Ich baue eigentlich fast alles in Teco-Gehäuse ein. Ich liebe diese Dinger. Klassische Idee, Bedienelemente, Anzeigelemente nach vorne, Anschlüsse nach hinten, vernünftig aussehend. In dem Falle dann eben nicht grau, wie ich das sonst immer verwende für meine Sachen, sondern ein schwarzes Gehäuse, quasi Black Beauty. Wir gucken gleich mal rein, was man dafür braucht und wie man das realisieren kann. Ist auch wieder keine große Sache wie bei dem Moni-Puter, ist einfach mal so eine kleine Geschichte. Aber der eine oder andere Einsteiger, ja, holt sich ja eine Idee bei der ganzen Geschichte. Wir sehen uns, ja. fröhlich, ne? Musik 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 So, dann schauen wir uns mal Black Beauty an. Ich muss gestehen, es ist noch nicht ganz fertig geworden, weil mir noch ein Teil fehlt. Sehen wir gleich. Aber ich denke mal, das sieht ganz ansprechend aus. Hier unten sind ein Haufen Muttern, also ich habe da nix hier irgendwie mit irgendwelchen Heißkleber oder irgendwelchen Mist gemacht, das ist solide geschraubt hier, das ist echt deutsche Wertarbeit. Nach hinten raus, naja klar, man hat ja nicht viele Möglichkeiten, was man sinnvoll nach hinten rausnimmt. So eine Raspberry Pi, ja, also wenn wir uns das Layout anschauen, bleibt ja nur eigentlich sinnvoll, wir müssen ja alles andere umlegen, wenn wir es nach hinten auch rausführen wollen. Dann bleibt sinnvoll eigentlich bloß die Seite mit USB, weil jetzt der Raspberry Pi hat ja auch vier USB, vielleicht mach mal die Nubbel raus, ja. so. Und dann die LAN-Buchse, das will man nicht nach hinten extra rauslegen, das macht natürlich keinen Sinn, ja. Wenn wir es so haben wie jetzt einbauen, dann haben wir hier, müssen wir auslegen, Sound, HDMI, Strom, das war es eigentlich, ja. Und da ich ja eh so ein Fan bin von VGA-Monitoren, ja, ich hab für so eine Bastelsachen, wie gesagt, das hab ich ja schon bei dem Moniputer erzählt, überhaupt kein HDMI-fähigen Monitor rumsteht, aber VGA-Monitore eigentlich an Mass steht. Insofern kommt dann eh so ein HDMI-zu-VGA-Adapter rein und dementsprechend können wir den gleich zum Umlegen nutzen. Jo. Nur eben das Netzteil, wie ihr seht, geht hier als blankes Kabel rein. Das habe ich dann fest aufgelegt, einfach, da ist die Buchse noch nicht da. Ich wollte das eigentlich auf eine Hohlbuchse legen und dann diese Hohlbuchse und dann steckbar machen halt, ja. Und dann hätte man es auch, das mache ich noch, wenn die Buchse kommt, mache ich das noch, dann kann man das nämlich, den Raspy nämlich speisen aus dem Netzteil vom Hive. Ja, dann reiht sich dieses, dann reiht sich hier Black Beauty ein in das Hive-System, ja. Obwohl es natürlich, klar, es ist das schwarze Schaf. So, gut, schrauben wir es mal auf. Es ist übrigens so, dass seit kurzem, da mache ich sicherlich auch vielleicht nochmal eine Folge, das RISC-OS jetzt auch auf dem Raspberry Pi 3 läuft. Bis vor kurzem lief es nämlich nicht. Ja, ich habe das, wie er gekommen ist, habe ich das gleich probiert, weil das so mein bevorzugtes System ist. Da gibt es ein schmuckes, sauschnelles Basic, also das ABC-BBC-Bail. Na, das Basic, was bei dem RISC-OS mit dabei ist. Das steht im Ruf eines, also das schnellste Basic der Welt zu sein. Ja, und sind wir ehrlich, Arm hat, diese Firma hat letztendlich diese Arm-Prozessoren erfunden, ja, und RISC-OS ist nativ auf den Dingern programmiert, ja. Ich bin immer wieder erstaunt, was geht. Wobei ich auch positiv überrascht war, ich habe jetzt das Raspian Jessie Pixel installiert. Angenehm, sehr angenehm. Ich mache sicherlich da, da mache ich nochmal eine kleine Folge dazu, ja. Also das hat mir auch sehr gut gefallen. So, machen wir mal auf. Und wir sehen, dass wir hier Lüfter haben. Sehen wir das? Welcher Kamera? Sehen wir das jetzt hier? Mein Gott. Es ist so, dass bei meinen Experimenten mit dem Ultibo, dass der Raspi relativ warm geworden ist. Das hing damit zusammen, dass das Ultibo noch nicht so sehr optimiert war. Kurz dazu, was Ultibo ist. Ultibo ist ein System, um den Raspberry Pi Bare Metal, also blank ohne irgendwas, in Pascal zu programmieren. In Free Pascal. Ich packe den Link zu Ultibo mal unten rein. Kann sich jeder mal angucken. Mache ich vielleicht auch nochmal eine Folge? Es ist sehr interessant. Weil ich finde gerade irgendwelche Anwendungen, wenn ich hier, ich sag mal, ein paar LEDs, übertrieben, ein paar LEDs blinken lasse. Das sind, wenn ich da einen normalen Mikrocontroller nehme, sind das vier Zeiler. Und wenn ich das mit Linux mache, also einen Raspian drauf installiere, dann brauche ich auf einmal überhaupt, um das System zu starten, einen Kernel von Linux, der riesig groß ist. Das ist Quatsch. Das ist eigentlich irgendwo falsch. So. Wie gesagt, Ultibo war nicht ganz so optimiert. Noch nicht. In der neuen Version ist das aber behoben. Deshalb wurde der Prozessor, diese SOC, relativ warm und lief auch, er hatte ja eine Überwachung, eine Thermaldiode intern und taktete noch runter. Er lief dann immer rein. Man sieht das an diesem kleinen Thermometer-Symbol dann in einer rechten, oberen Ecke. Und mit Lüfter passiert das dann nicht. Ich habe den Lüfter, der läuft hier nur auf einer kleineren Spannung, damit er schön leise ist. So. Ziehen wir mal ab. So. Und da sehen wir gleich, was wir drin haben. Ich habe hier noch ein bisschen... Hier kommt nochmal was anderes hin. Ja. Erstmal haben wir hier so einen schmucken Schalter. Das ist so ein Leuchtschalter. Den, den fand ich natürlich wirklich klasse. Einfach weil er schmuck aussieht. Ja. Kriegen wir hier auch einen Stecker rein und sehe ich das auch. Und hier habe ich auch das Kabel an dem Schalter fest aufgelegt. Ja. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Wenn ich hier wackele, kommt hier das Kabel vom Netzteil an. Das liegt hier am Schalter. Und dann gibt es hier diese kleinen Verlängerungen. Ich kann ja sowas mal zeigen. Müsste ich hier noch in der Kiste machen. In der Regel bestelle ich dann immer gleich für ein Stück. Das ist dann sowas hier. Ja. Also diese USB-Buchse zum Verlöten. Ja. Das kann man dann ganz gut für sowas verwenden. Ja. Dann habe ich den Sound umgelegt. Ja. Der liegt hier hinten auf einer normalen Stejoklinken-Buchse. Eine Einschraubbuchse. Damit haben wir das auch nach draußen geführt. Dann habe ich als nächstes das SD-Card. Das ist ja so ein Micro-SD, was auf der Unterseite von dem Raspberry ist. Habe ich über ein Flachbandkabel und diesen, wie nennt sich das, SD-Verlängerung wahrscheinlich. Wie hieß das bei Amazon. Ja. Habe ich das nach außen gelegt. Das Ding habe ich verschraubt. Da habe ich hier ein Stück Plastikmaterial genommen. Das schwarze, das wird man hier jetzt gar nicht so genau sehen. Ja. Ich weiß nicht, ob man es sieht hier. Hier unten habe ich also ein Stück Plastmaterial. Ich nehme das mal raus hier. Das wäre ich hier noch rot färben, damit man es nicht so hinter der Plexiglasscheibe sieht. Das hier ist ein bisschen Plastmaterial. Das ist, ehrlich gesagt, eine alte Laufwerksabdeckung, die habe ich hier abgesägt. Dann mit Abstandsbolzen. Das sieht man hier mit Abstandsbolzen im Boden verheiratet. Und das Ding hier, den SD-Connector, da habe ich das Gehäuse aufgemacht, auch verschraubt. Und das Flachbandkabel dann hier einfach eingesteckt. Ja. Also keine Hexerei. Strom war soweit klar. HDMI. HDMI zu VGA-Adapter. Sieht ein bisschen russisch aus. Hat hier also vier Bohrungen drin. Ich ziehe es mal raus. Da sieht man hier besser das Soundkabel. Das ist also so, dass man die Plaste hier aufklinken kann. Ja, die ist hier bloß so eingeklinkt. Und dann kann man die Elektronik hier rausziehen. Dann habe ich mir gedacht, du machst unten kleine Bohrungen rein. Und oben große. Und dann kannst du mit Schrauben und dann von unten Motoren entgegensetzen, kannst du dann erstmal das Gehäuse reinschrauben. Und dann steckst du die Elektronik wieder rein. Das hat doch soweit eigentlich funktioniert. Womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass die Dinger so derartig schlecht gelötet sind. Ja, also es macht so ein Ding nie auf. Ihr kriegt die Puppen. Ja. Also beim Reinstecken fielen dann schon die ersten Kabel ab. Und wie kam denn das? Das war ein seltsamer Fehler, den ich dann hatte. Ähm. Der Raspi. Wie war denn das? Ach ja. Ich habe das Ding zusammengebaut. Ja. Und der Raspi hat nicht mehr gestartet. Was denn nun? Hast du irgendwas kaputt gemacht? Hast du? Ja. Ich hatte dann vorher auch versucht. Ich habe dir erzählt bei dem Moniputer, dass ich dort von diesem USB-Hub rückwärts den Raspi versorgt habe mit Strom über die USB-Buchse. Das habe ich hier natürlich bei dem Raspi 3 auch versucht. Das funktioniert nicht. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich ist noch mal eine Diode drin oder eine entsprechende Sicherung direkt auf der Platine vom Raspi. Ähm. Nun dachte ich, der bootet nicht mehr. Nun dachte ich, oh, hast du wohl geäxt. Ja. So eine Experimente. Hm. Wollten wir denn schon einen neuen bestellen? Und dann experimentierte ich so rum. Auf einmal ging es. Dann habe ich geguckt. Ja, woran liegt es denn jetzt? Dann habe ich wieder ab und wieder ran und ging es wieder nicht mehr. Irgendwann ging es wieder. Und der einzige Unterschied war, dass ich in dem einen Fall hatte ich den Monitor nur über das VGA-Kabel angeschlossen. Und in dem anderen Fall hatte ich noch das Soundkabel zum Monitor reingestöpselt gehabt. So was war passiert. In diesem Konverter war unter anderem die Masse, das Drehchen abgerissen. Also das, ja. So. Das heißt, der hat gar keine Masseverbindung mehr gehabt. Und damit hat er natürlich, ist das mit dem Signal erledigt. Ja. Wenn das schwimmt ja dann nur noch. Hat ja keinen Massebezug mehr. Aber in dem Moment, wo ich dann das Soundkabel reingesteckt habe und das andere Ende auch im Monitor, hat er sich die Masse über das Soundkabel geholt. Ja. Und dann ging es auf einmal. Das war natürlich seltsam. Da kam ich dann drauf, dass da wahrscheinlich was abgerissen ist drinnen. Ja. Dann habe ich das Ding wieder aufgemacht. Und, ähm. Und, ähm. Und, äh. Oh, Kraus. Es hingen ein paar Kabel rum. Ja. Nun, wo kommen sie da ran? Das war, also. Das sind winzig dünne Kabel hier. Das Kabel, was hier direkt geht. Diese HDMI-Kabel sind ja sehr relativ vielpolig. Und da sind winzig dünne Kabel drinnen. Die, die, die reißen schon ab vom, vom Hingucken. Und dann ist das bloß mit irgendwem Heißkleber drüber. Und bei manchen Kabel hängt das Heißkleberzeug dran. Und bei manchen hängt es nicht dran. Die, die, die Lötstellen, die guckst du immer scharf an. Dann fallen sie auseinander, ne. Also, ich war froh, wie es alles funktioniert hat und drinnen war. Ja. Also, ich rate euch. Macht nie so eine Kiste auf, ja. Also, hätte ich das gewusst, hätte ich es auch zugelassen. Dann hätte ich dieses blöde, diesen blöden, äh. Adapter hier einfach mit Epoxy, da hat es unten drauf geklebt. Dann wäre gut gewesen, ja. Hätte man auch machen können. Wäre überhaupt kein Akt gewesen, ja. Aber nein, als gelernter Deutscher, da wollte ich das halt schrauben, ja. Wie eine altdeutsche Dampflok. Sollte das eine ordentliche Bindung haben, ja. Und dann passiert sowas. Naja. Aber so sieht das aus. Ja. Ihr seht, wie die Gehäuse aufgebaut sind. Die sind also sehr, sehr schmuck. Kann ich ja gleich mal zeigen. Habe ich noch so ins hier, ja. Da habe ich mal so ein Gehäuse. Ach, weil ich diese Teco-Gehäuse ja so liebe. Ja. So sehen die Dinger aus. So kriegt ihr sie. Diese Plexiglasscheibe gibt es dann extra. Ja. Und es passt hier sehr gut in eine Eurocard rein. Ja. Da habe ich jetzt mal eine hier. Hier haben wir mal eine Eurocard. Halten Hive. Der Hive ist für dieses Gehäuse gebaut. Ja. Karte rein. Hinten die Ausschnitte entsprechend ausgefräst. Fertig. Ja. Hier an der Seite braucht man noch eine Fräsung für das SD-Karte. Seite. Man legt es sich nach vorne um. Das sind wunderbar die Gehäuse. Das Plastikmaterial lässt sich wirklich sehr gut bearbeiten. Und auch von diesem Acrylglas Frontplatten habe ich noch keine versaut. Also ich habe ja diverse Sachen schon gemacht mit Fräsungen und das und jenes. hat bis jetzt immer sehr gut geklappt. Und sind nicht teuer. Hallo. Ja. Also das sind so Gehäuse die dürfen in keinem Haushalt fehlen. Ja. Also da kann man alles draus bauen. Ja. Handys. Also die gibt es ja auch in verschiedenen Größen. Ja. Ja. Das ist so das D14 hier. Dann gibt es dieses etwas kleinere Gehäuse. Ja. Das hat dann eine andere Breite. Ja. Auch Schmuck. Ja. Und dann gibt es noch so ganz kleines Schmuck ist. Ja. Das ist noch mal ein bisschen schmaler und halt auch nicht so tief. Ja. Das hat hinten keine Durchbrüche. Da muss man dann selber ausschneiden. Ja. Das mittlere hat Durchbrüche. Ja. Ist halt nicht Eurokraft. Das ist irgendwas anderes. Ja. Ja. Schmucke Gehäuse. Ich liebe diese Dinger. Ja. Zumal einfach rote LEDs verwenden. Da muss kein Durchbruch. Nichts gemacht werden. Die sieht man sofort. Ja. Also das zu dem Raspberry Pi. Ich denke mal ist eine schmucke Sache. Man muss sich ein bisschen Mühe geben. Dann hier noch bei solchen Details. Dann wie diesen Durchbrüchen. Wenn man die bohrt. Dann sieht das auch ein bisschen ordentlich aus. Ja. Und schon sieht das auch Schmuck aus auf dem Arbeitsplatz. Ja. Die nächste Station für den Raspberry Pi. Denke ich mal. Der nächste Versuch wird wohl sein. Mal ein Tastaturgehäuse zu bauen. Das wäre mal noch so ein Traum. So ein Homecomputer Ersatz. Und da habe ich schon ein paar Anläufe gemacht. Und das sollte auch diesmal eigentlich bei dem Raspberry Pi schon werden. Aber dann war ich doch etwas zu ungeduldig. Ja. Da schwebt mir dann auch so ein bisschen was vor. Dann richtig mit einem Steckartensystem oder sowas. Modular. So ein bisschen erweiterungsfähig. So ein richtiger kleiner Bastelrechner. Muss ich mal gucken. Werden wir mal schauen. Ja. Das erstmal dazu. Und dementsprechend können wir das hier auch gleich beenden. Ja. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ein bisschen. Ja. Vielleicht hat der ein oder andere auch die Schnauze voll von diesen. Von diesen Seifendosen Dingern hier. Ja. Also das ist zum Experimentieren ist das ja mal okay. Ja. So Sachen die man mal zusammenstöpselt und dann wieder weglegt. Ja. Aber in dem Moment wo man mehr damit macht. Finde ich. Also wo man auch mal was programmiert. Und das und jenes macht. Ja. Das ist doch kein Gehäuse. Das ist doch. Ja. Das ist doch. Komisch. Ja. Da ist sowas natürlich eine schöne Sache. Gibt es auch von Firmen so diverse Ansätze. Diesen P-Top zum Beispiel. Und dann gibt es dieses aufrecht stehende Creed. Wo das so aufrecht steht. Gleich mit dem Display drin. Aber das ist nun wieder alles so teuer. Ja. Das kostet so ein P-Top. Ja gut. Da ist Tastatur und das Display wieder dabei. Das kostet aber weit über 300 Euro. Während so ein. Diese Monitore haben wir da alle im Kenner stehen. Ja. Und so ein Gehäuse. Ich glaube das hier kostet 12 Euro oder sowas. Ja. Bei Reiche glaube ich. Ja. Das ist doch. Das ist doch. Das passt doch viel besser zu so einem Raspberry Pi. Als dann. So ein Pi. So ein Pi. In. Über 300 Euro teures Gehäuse zu packen. Ja. Für das Geld kriege ich doch einen kleinen Laptop. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Und da macht. Ich denke mal. dass das. So eine Lösung. So ein Gehäuse. Oder so ein Moniputer. Wie ich das das letzte Mal gezeigt habe. Macht viel mehr Sinn. Mit so einem Raspberry Pi. Ja. Das passt eigentlich preislich. Und von den Relationen einfach mehr. Ja. Ich weiß nicht. Hier hat man dann durchaus auch noch Platz. Ihr seht es ja nach oben hin. Wenn man jetzt nicht unbedingt den Lüfter braucht. Oder den Lüfter eventuell woanders anbringt. Kann man hier durchaus auch noch eine Platine draufstecken. Ja. Das geht. Oder man könnte wenn man das vor hat. Jetzt noch eine Erweiterung reinzubauen. Könnte man den Raspberry bauen über den Adapter. So dass dieser VGA Adapter unter dem Raspberry ist. Ja. So. Und dann die Erweiterung daneben hinpacken. Ja. Und dann mit einem Stück Flachbandkabel rüber brücken. Geht ja auch. Ja. Also das ist doch klasse so ein Gehäuse. Ja. Und sieht doch auch Schmuck aus. Ja. Ja. So. So. 70er, 80er Jahre mäßig. Was man halt so Schmuck als Schmuck empfindet. Gut. Da kann man sich drüber streiten. Jo. Also Leute. Wenn ihr noch mehr da sehen wollt. Ihr kennt die Sachen bei YouTube. Ne. Dann Daumen hoch. Und ganz wichtig. Abonnieren. Und dann wird es mit dem Kanal hier auch ein bisschen weiter gehen. Dann steigt da auch ein bisschen das Rating. Und dann kommen auch ein paar Leute mehr dazu. Und dann kommen auch ein paar Ideen mehr dazu. Und dann werden wir mal schauen wie es hier weiter geht. Also klar Leute. Bis demnächst. Und einen schönen Tag noch. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020